Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns. Weiter geht's, Zorncheck. So. Nach oben. Hier ist ja so einiges kaputt. So, weg mit euch. Jetzt habe ich ja kein Leben mehr. Aber da könnte wieder welche sein. Auf jeden Fall ist hier Geld. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah! Auffüllen bitte! Und... Ein bisschen schleichen muss sein. Jetzt hat mir hier auf jeden Fall viel Geld ein. Hehehehe. Oh, 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 oh. Ah, und da war auch Da war auch meine ganzen Lebenssachen drin Ja, das gehört mir Und ich habe alle meine Sachen wieder Und hier kann ich wieder raus Oh, oh An dem will ich jetzt nicht vorbei Oh, oh 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 Und kommt die ganzen Ratten näher Oh 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 ARD Text im Auftrag von Funk UNTERTITELUNG Hey, bin oben Ist genau unter mir Hm Hm Zwei von acht Knochenartefakte, what the heck Oh, das war, das verfiegelt Ah Blöde Ratten Zwei von acht Knochenartefakte Ich habe nur wenige Betäubungsbolzen Ha, ha, ha Rauf hier Wir wissen, was hier ist Zum Beispiel etwas Mana Oh, Geld Ein ganz Das war anscheinend eine wertvolle Karte Was, der ist da oben So, mit oben Wow, das war eine weite Entfernung Äh Natürlich Und darüber So, mit oben So, mit oben So, mit oben Carwin, stellen Sie sich die Feuerkraft eines Tallboys kombiniert mit der Schnelligkeit und der Handlichkeit einer Pistole vor. Mit dieser neuen Technologie wird jeder Soldat mit einem Waffenarm zu einer beträchtlichen Macht. Sorgen Sie dafür, dass der Lord Regent unverzüglich davon erfährt. Okay, jetzt ein Knochenartefakt und eine Rune. Die Rune ist am nächsten. Liegt ihr im Wasser? Die Rune ist am nächsten Mal. Die liegt jetzt tatsächlich da unten im Wasser. Die Rune ist am nächsten Mal. Ist die im Haus vielleicht? Die Rune ist am nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020